oh mein gott wir sind live ich das richtig ja sind wir ja stick fight the game chillen und zocken ja das wir müssen erst mal warten man macht mute uns mal alle tim kurz bitte mach mal bitte ja also dass man dich auch nicht hört einfach oder keine ahnung whatever ich wollte nur sagen wir müssen ich würde jetzt erst mal ein bisschen warten quasi bis leute da sind und dann was machst du okay du kannst gerne noch nachschauen wenn du willst okay sind wir jetzt noch auf wird oder okay gut nicht google hallo niklas walter kann ich mal bitte jemand einladen nein kann ich irgendwie nicht doch du musst sich frei öffnen und dann kannst du echt ja ja stimmt oh das ist mir noch nicht aufgefallen du bist der rolf hallo rolf ist wieder dabei ja fick dich heute wieder irgendeine reaktion ja kann schauen kann man gerne später auch noch mal machen glaube ich lustig der phoenix der phoenix du bist dumm ben du mich ach toll dein mikro mal wieder richtig gut hallo ja ich bin schon da ja ich bin schon da ja ist gerade gekommen ja ich hatte da manchmal auch nicht ach fuck ach ja ich wollte ja wenn du bist admin oder ja stell mir ein dass irgendwie nur bestimmte arten von waffen kommen können das ist lustiger anstatt das sind wir alle ja kannst du doch ja du gehst du gehst auf escape und dann gehst du auf things lass mal kurz wir zeigen dir das ok oh oh ja dann gehst du auf options und dann gehst du auf weapons und da kannst du das einstellen ich schieße Tim ab ach fuck ben ist gott da ist carmen mit gott äh warte ich weiß wenn du sie ankreust dann tauchen sie auf du musst das weg machen damit die weg gehen also ich glaube alles was grau ist ist wenn alles was in welcher farbe leuchten gerade alle weiß oder grau warte ich kann ja wir können wieder hä nein sind gerade alle aktiv wenn das was grau leuchtet das ist dann nicht mehr an alles was weiß ist das ist an du hast grad dich selbst auch als ein affenkind du hast dich gerade selbst ein affenkind genannt haha das finde ich halt lustig haha du musst die einzelne nicht nein wenn du so eine ganze gruppe deaktiviert hast musst du die einzelne nicht mehr warte ich mach ich mach mir mal den jetzt sind wir zu lachen ich mach mal kurz den stream an nico was the fuck was ich lass die nachricht anzeigen ja der rolf fängt alter was der nick hat gestern hi bin dein größter fan von dir liebe dich no hope ja ne er meint natürlich aber der nick ja der rolf fängt von mir erstmal ja das wurde zum überprüfen rausgenommen okay nick das ist schon mal nice ja weiß ich doch nicht was weiß ich ey schreib mal von wem du der größte fan bist und zwar nicht von dir von dir ist nicht besonders hilfreich ich hab neun aha das ist schon heftig jetzt wäre das einfach hier stehen bleiben ach fuck da kam er du bist richtig leise und kann es wahrscheinlich wieder übel absahen diese runde so wie letztes mal ja ich ne wirklich nicht ja ihr sterben das bin ich ich bin rot wer ist jetzt eigentlich ich will an der leertaste drücken aber irgendwie vergesse ich nochmal dass das auch weh ist ich hab's auf der leertaste gestellt ich geh jetzt auch auf der leertaste ich nicht du musst du umstellen du nur lava wach du ich hab gewonnen keine ahnung Carmen ist grün und Tim ist blau ich bin wieder verdammt ich swan mit Carmen immer auf einer seite ja du bist ne scheiße ganz im ernst du bist einfach nur scheiße ich hab gewonnen ähm ups hehehe 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 oah Carmen steht einfach nur rum nicht mehr lange hier war ich keine Rundenboote sie ist tot ich auch ähm Ben rastet richtig aus mal wieder hä? der Leco von übersteuert halt vor allem das ist einfach falsch eingestellt ja und aber das ist trotzdem dann falsch eingestellt wenn das so krass übersteuert echt jetzt ok nein Ben 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 ja wir müssen da guckt man einmal nicht hin ne hehehe hehehe wir müssen gar nix mehr so lange sobald Carmen tot ist müssen wir gar nix mehr hehehe 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 ja ja das ist ein übelter Boss wäre diskriminierend hier was war das? hehehe hä? diskriminierend gegenüber Carmens ne einfach immer auf den gehen der am me- einfach am meisten ja immer auf den gehen der am meisten Kills hat ja nein dich ja nein dich aaaaaaah stand bei mir neun Zuschauer ja bei mir auch nicht ne 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 bei mir auch nicht also ja nein aah ne 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 ja ist auch so aber trotzdem ich habe meine runde mit irgendwie zehn leuten gespielt oder sowas in der richtung ist überhaupt keine ahnung aber das gefühl ich bin schon der will da jetzt was drucken bei mir das kann man auch nur zu viel spielen ich habe ich mich selbst weggeschossen so richtig habe ich mich nicht was macht er da nein man hört nur so ja sorry leute ich esse übrigens deswegen kann man das schön crunchen was machst du rick 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 und martin martin du hast immer rick und martin gesagt wenn wenn nicht mich und roti ja nein carmen ist nicht tot mich und ronnie ich weiß es ja ich gehe auch immer sicher hat da jemand was auf discord geschrieben keine ahnung alter ich weiß es nicht bei uns schreiben richtig viele aktive menschen in dem chat weiß aber es gucken immerhin acht leute zu also die sind glaube ich ziemlich ich bin gespannt erinnern immerhin immerhin wie bist du gerade gestorben ben ich bin ich bin gestorben ich bin gestorben aufgesprungbrett gestorben aufgesprungbrett gestorben ich bin gestorben ich bin gestorben ich bin gestorben ich bin gestorben die dass das ist welcher roll ich glaube du meinst den ralf ralf reicht wer ist Rolf! Echt? Hier, Rolf. Ah ja, genau. Da war ja was. Hey, der Tobias hat aber einen viel winzigeren Pimmel. Hä? Ach ja, ja doch, stimmt, der hat schon... Ja, schon, oder Tim? Der Raffi, der heißt jetzt deinen Namen Tobias. Raffee, Tobias. Ich sag jetzt den Nachnamen nicht, weil das wär scheiße. Das ist eh wieder nur so ein Ding zwischen uns, das klappen die Zuschauer hier nicht. Ja, ach nee, aber so ein Nachnamen online ist kacke. Grad, wenn es nicht unserer ist. Schreibt mal die Kreditkartennummer und die vierstellige Zahl hinten drauf. Am besten auch Hausnummer und wo ihr so lebt, weil dann können wir zu euch erpressen, falls ihr es die Kartennummer nicht geben wollt. Au. Ups. Scheiße. Ja, der Rolf fickt. Oh fuck. Wirklich nett. Nein. Was? Hatte Carmen nicht gerade auch noch elf Kills? Noll, die Map ist weg. Die Map ist bei mir einfach... Bei mir ist die Map einfach weggefallen. Ja, bei mir auch. Geh raus aus meinem Loch, du. Nein. 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 Du recht, Alter. Ja. Carmen ist der bessere Ball. Gott. Schweißig. Schweißige Angelegenheit im Loch. Alles voll geschwitzt. Tim, Tim. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine 6 würfelt? Zwei. Ja, leider mehr. Reife Kiwis. In Nürnberg. Wo ist die Wahrscheinlichkeit? In Nürnberg. Wie hoch? Wie hoch? In Nürnberg. 12,125 oder was? 0,125. 0,125. Ah. Sniperitino Lavagewehr. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich hoffe auch du bist in der Lage, Fehler einzusehen. Warum fangen wir jetzt an mit YouTube-Kacke-Zitaten? Du bist der Fehler, Ben. Das hat Soast gesagt. Mr. Memecker, schreibt überhaupt noch jemand in den Chat? Außer dir gerade nicht. Nein, absolut nicht. Das heißt, du kannst den Chat mal ein bisschen am Laufen halten, wenn du möchtest. Erzähl uns Witze oder sowas. Du kannst den Chat auch einfach aus deinem Leben rauslöschen. Dann erzähl uns Witze oder sowas. Dann können wir bei deine Witze lachen. Stimmt, Alter. Leute, erzähl uns Witze. Wir bewerten die von Ananas bis reife Kiwis. Bis Nürnberg. Stimmt, von Ananas bis Nürnberg. Erzählen wir dir. Nürnberg ist das Beste. Also davon Dings wir dann. Bestimmt, irgendwer von unseren Zuschauern wohnt bestimmt in Nürnberg. Also ich schon. Ja. Was, Carmen wohnt in Nürnberg? Ja, hat sie doch beim letzten Mal schon gesagt. Ja. Da haben wir YouTube-Kacke geguckt, glaube ich. Ja, da haben wir die Nürnberg YouTube-Kacke geguckt. Alter, die ganze Map ist einfach weggesprengt. Hält echt. Ja. Sterbt alle. Ja, ihr auch. Man hört nur Klicke und sonst was. So. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Das ist der Fiepst. Ja, nein. Steck halt an. Ja, dein Lodge-Frächer. Ja, dein Lodge-Frächer. Da muss ich da gehen. Dass Carmen tot ist. Was ist grün und liegt auf einem Rollstuhl? Hä, nein. Bei mir nicht. Also, ich hör's auch. Ja. Ich hör's auch. Ja. Leute, ich glaub, das kommt wirklich wieder von uns. Das ist so ein dämliches Mikro-Buck-Dings, was ich hab. Ich hab's nicht. Alter. Ein Schott durch den Oberkörper. Ach. Snipe sie weg, Ben. Nicht, nicht. Hä? Gras. Ich hab über den Rollstuhl gelogen. Also, ich find der... Für mich nicht gut da. Ja, bei mir auch. Ich find der Witz, keine Ahnung, der war jetzt ungefähr... Reife-Kibis. Kacke war der. Alter. Erzähl aus'n'besseren. Fertig ist Christian. Soll ich immer noch? Jetzt nicht mehr gerade. Der war gut. Der war echt gut. Ja, weil wir dir gesagt haben, du sollst dir einen Witz ausdenken auf dieser ewig langen Fahrt, wo ich das Bier kaputt gemacht hab. Und, äh, ja. Ja. Du saßt hier für 20 Stunden. Auf dieser Fahrt, wir haben alle irgendwas komplett dummes gemacht. Pass crisis. Ja. Bleitere. Halt. 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 doch deshalb als du da warst oder nee als irgendwann war habe ich das als platz u frage gehabt wer wird am ersten in den wohnwagen pissen nein und jetzt alter bin was machst du für den übungen und gucken sechs menschen zu ja müssen wir etwas anderes machen wir können es ja bis zu den 20 siegen spielen stick fight und danach einfach irgendwas machen wieder dieses zu den 20 liegen bis jeder 20 hat nein bis 21 hat er das dauert nicht mehr lange kamen hat in zwei runden 20 wahrscheinlich und 25 siehst nein wir müssen jetzt töten ja komm her ich nehme die waffe siehst du sehr schön da kann ich mich auch ich bin tot nein ben muss es gewinnen ben ok ok nein ich muss es gewinnen nein nein ich hab dir doch darauf antwort gegeben wahrscheinlich ist das mastermind hinter allen meme pages auf ganz internet das heißt sehr nach pure skill lauht oder sind bälle ich will ja ach nee letzte runde da wo ich nicht das geschafft habe oh yes du mega wumms wo renne ich hin alter oh nein mein mega wumms ist weg ja egal ich wusste noch mehr hier raus aus dem bildschirm ah warum habe ich am wenigsten kills ich bin depressiv kamen hol das lichtschwert ja ja nein nicht du bin ich habe es geschafft ich glaube ich gebe mal kurz was zu essen holen ich bin da rein ich krieg da jetzt rein ich bin so ein kleines fisch so ein kleines fisch ja genau ein smade ich bin ihr bräuchte mal einen meme chat für discord dann kann man memes reinschicken das heißt bilder und ganz normal schreiben einen meme chat für memes das ist eine interessante idee riggity riggity ragt nein riggity riggity ragt hallo auf malte der ist afk ja ach er ist raus aus dem bild geh weg ja mann ich bleibe heute in der lage ey yo nein ich fliege einfach weg ich bleibe heute in der lage hause hä 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 b c 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 Ey, ich bin schon tot. Selber. Nee, egal. Vor allem du Kleine und dann Malte ist. Ich Malte, das weißt du Mädchen? Hä? Wusstest du das nicht? Ja, Malte ist ein Brötchen. Mädchen. Brötchen. Ich bin ein Brötchen. 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 I'm Bröt. Brötchen. Malte ist Brett. Moldet Malte. Oh, okay. Alter, geh weg du. Geh weg du Ratte. Dead aim. Ja, in den Boden geh ich. Oh Mist. Nee. Hä? Hä? Was, was tust du da? Was tut ihr hier? Äh. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Äh, Carmen ist schon tot, sicher? Hau doch, du ziehst doch mal auf mich drauf. Mögen wir deine Mutterwitze? Mögen wir deine Mutterwitze? Äh, ja. Ja, wenn's lieber Timms Mutter geht. Ohohoho. Das ist, nein nein, das ist Raffi. Ohohoho. Aber nur Raffi. Nicht seine Mutter. Was? Ein Haus, Raffi. Hä? Nein. What? Au. Was? Mit was passte? Mit Erdnuss passte. Au. Ja. Nee. Okay. Er kommt da wirklich nicht raus. Aber Carmen kann rein. Ja, nicht zu dir. Nein, bleib weg. Alter. Ey. Ich hab mich selbst gebürtet. Aha. Hör, hör, hör. Nein. Ich komm rein, Alter. Wir sind wieder bei neun Menschen. Nice, Alter, ich komm rein. Alter. Ich krieg voll ins Gesicht. Ich hab dich voll weggesniped, wenn du mal Granaten wer... Okay, ich will aber niemanden beleidigen. Du sollst Spaß. Deine Mutter ist so hässlich. Sie lässt Medusa zu Steinen verwandeln. Oh Gott, Alter, war der Scheiße. Hallo, Xbox Player 9000, hallo. Ah, Xbox Player 9000. Ist das die neueste Ausgabe von dir? Ich glaub, ich hab schon gelesen, dass es ein 10.000 im Zwischen gibt. Der kostet aber noch zu viel. Der ist zwar grad im Angebot für 399 Euro bei Mediamarkt, aber... Ich weiß nicht. Bei Mediamarkt. Wie geht's? Ja, uns geht's gut. Wochenende, Alter. Mir geht's super, vor allem mit den Hunden. Du bist ein Olifant. Du bist ein Olifant. Du hast doch noch nie einen Olifant gesehen, Alter. Der schläft immer davor ein, bevor man die überhaupt zu... bekommt als Olifant. Bei mir wäre ich 2. Mann, Carmen. Mann, Carmen. Bei uns sind auch 2. Ich kann ja nichts tun. Aber die bellen nicht. Die bellen. Na, die streiten. Ne, weil die hassen sich immer gegenseitig. Die haben so ihre eigenen Probleme. Familie-Probleme, ja. Also unsere, die schlafen hier auf dem Bett. Lol. 2? Habt ihr einen neuen jetzt? Nein, nein, das ist Charlie. Der ist bei uns. Ah, okay. Wieder. Den neuen bekommen wir. Das ist alles ein Ohrwurm. Charlie, du siehst doch auch richtig aus. Oh Gott. Die Welt ist schwer, weißt du, ne? Hey. Wie, lol, wir haben Wochenende. Ah, wie ist dein Leben schlecht? Ähm, ähm, äh. Xbox Player. Oh, nee. Ich hab einen Plan, hey. Gut, hey. Ja, wie am Wochenende ist es Freitag, Xbox Player. Was erwartest du, wenn Freitag ist? Lol, wir haben Wochenende. Wer war das? Lol, wer war das? Lol. Arne, der echte? Arne. Ist es, ist es der echte Arne? Arne, warum? Jetzt nicht mehr. Okay. Ich war wohl ein Faker. Congratulationes. Congratulationes, kennt ihr die Vier. Congratulationes. Wenn ihr mich verschiebt oder sowas. Ich weiß. Ist das Gollum? Nein, ich bin Gollum. Okay. Entschuldigen Sie. Sind Sie Gollum? Entschuldige. Hallo, können Sie aus meinem Weg gehen? Danke. Autsch. Das war nicht nett. Entschuldigen Sie. Sind Sie gestorben? Ich denke. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich bin gestorben. Okay. Ich wollte Ihnen nur sagen, also falls Sie es nicht bemerkt haben, dass sich Ihr Kind nicht wundert oder so. in jedem Tierfisch schlappt. Okay, wir treffen uns da den Gott im Keller. Bei Gott im Keller? Ja. Okay. Was denn, Alter? Was gibt es da? Fistkammer. So möglicherweise gerade Werbung am Fernseher. Nee, das ist eine komische Doku über Karibik. Karibik. Ich glaube, er guckt durch den Karibik. Äh, ich hätte gesagt bis ... Schon bis 19 Uhr, oder? Was durchrammeln. Ja. Ich würde aber schon irgendwas Nices machen. Also entweder so 18,45 oder 19. Aber ja, wir können ja jetzt, keine Ahnung, wir können ja jetzt bis zu den 30 Siegen spielen und dann machen wir irgendwas Reactionmäßiges, was die Zuschauer ja vorhin auch schon angefordert haben. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Oh, geh weg! Oder so? Ich kann auch weggehen! Uh, die Map, die ist immer so schön, da bin ich immer so schön hier verreckt. Ja, geil. Nicht ganz so, aber ... Hört ihr euch eigentlich doppelt oder dreifach gerade? Nein. Nee. Schade, ich habe euch ja ... Ich höre jetzt euch über Discord und über den Stream. Was war das? Jetzt kommt der eigene Mikro rein. Ah, okay, egal. Übrigens, Leute, Mr. Mimaker hat nochmal einen guten Mutterwitz versucht. Er hat gesagt, er versucht es zumindest. Er versucht? Er hat geschrieben, er versucht es. Und zwar, deine Mutter ist so fett in The Legends of the Zelda. Einer Majora's Mask ist sie der fette Mond. Ich habe kein Zelda-Spiel gespielt. Ich schon, aber ... Ich weiß auch, was gemeint ist, aber ... Nee, muss schon was krasseres raus. Häää? Hä? Hä? Genau so macht man das. Tastaturen klacken rum. Ja, mit der Meinung bin ich auch. Kolibri finde ich, finde ich, finde ich gut. Wir haben einen Pod. Ihr geht im Polen. Kolibri kann. Hör einen Enddruck zu reden. Hängt er an der Decke. Sieht der im Enddruck zu nennen? Oh, das ist der Kolibri. Ich vermisse, ich auch Kolibri fände in der Decke rücken können. Was? Alter Schwarz ist noch ... Bitte nicht so laut. Mein Handy ist nicht gut genug dafür. ich bin ich da bin ich da bin ich da du bist da ich rieche die wahrheit nein schade die türkots aufmachen alter nein hä wie werde ich jetzt gestorben habe ich ihr das macht du mal wenn der malte hat flüssigeres und besser klinik ist ihr reich und wenn ihr es einfach nur übersteuert ja also meinte ist ihr mäßig und der ist so dumm sie gibt ein puzzle zum spielzeugladen ab und sagt dass es kaputtes war schon besser als die anderen aber der ja wie wenn ich dahin gehe dann sterbe ich das ist extra so ist extra so nein kamen die 30 siege kamen ist so wie neo die kann einfach die realität das sieht dann so aus als ich bin gar nicht gestorben ich lebe noch oh gott nein alter die ganze map einfach ja immer immer doch ist da wie melker rein oh ja ich habe kurz jemanden zum lach gebracht ja keine ahnung die kamen die war es ich kann die wahrheit riechen ich würde auch sagen dass dann jeder quasi abwechselnd eins einreichen kann dann an oder sowas jedenfalls bis mehr leute reinkommen falls noch mehr leute reinkommen als wir das machen wollen ja natürlich warte ich erstellen raum oder machst du denn ja machst du einfach treibholz mit einem lego an ich habe geschickt warte ich kann den den link auch noch mal auf auf youtube 10 stunden von bern die musik ist wahrscheinlich copyrighted und dann wird der oh ja hä nein ist es nicht oder weißt du das bin ich mir ziemlich sicher hä was machen wir nicht das ist so ein bug das macht der pc von dir selber warte ich tue äh kann ich ich melde mich um und dann tue ich den link in die beschreibung ok und den chat ich würde sie nur ins chat tun ja ok egal da ist so fett darf wader konnte sie nicht mehr mit der macht erwürgen also leute besser werden wer möchte da ist jetzt ein link in der im chat der kann jetzt rein und dann könnt ihr alle videos einsenden äh äh wow viele leute sind dazu gekommen mensch das finde ich schon krass hä das bist du das ist eigentlich ein bildschirm klicken du musst unten links auf das klicken und nicht auf den bildschirm ist das laut was mach ich hä was mach ich denn das bin ich hä was ich mach nichts willst du es hören oder was ok musik ganz hoch lautsprecher ganz hoch äh system sound ganz hoch damit es dir richtig die ohren wegfetzt ich garantiere dir das ist die geilste erfahrung die du in deinem ganzen leben hast schon ausprobiert doch mach mal im erstes ist so krank dumm irgendwie ich glaube ich habe eins ich kann gleich eins rein tun Moment ich muss mich wieder ummelden das ist in meiner krassen playlist in meiner äh special playlist die welt geht unter what the fuck gegessen hast du dir runter geschluckt wenn der bände hebt die aufklebt die zu einem riesigen taugummi zusammen und ist das dann ok oh nein endlich doppelklick drauf oh das ist aber glaube ich copyrighted im glue oder nee alter nee alter das ist so oft benutzt worden das kann ich dir garantieren copyrighted ist ein craprave auch nicht glaube ich arne die flasche nice das gucken wir uns danach an oder jetzt ok was habt ihr euch bei dem video eigentlich gedacht das ist zu erklären arne wollte seine schneidekünste ausprobieren ich hab ihm äh ich wollte das Programm ausprobieren ich meine schneidekünste ja richtig für beste fahrenqualität bitte kopfhörer benutzen nicht film was 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 ist happening ich weiß es nicht also arne ist in die flasche verliebt spielt ihr das schon ab oder was äh ja bei mir ist immer noch das latsbrecher symbol cool das auto oder das motorrad im hintergrund was war das was war das was war das gnome power ...epilepsie warnung also die Epilepsie warnung kann ich gar nicht nachvollziehen was Herr Tim, das hab ich dir gezeigt, als ich bei dir war. Echt? Ja. Was müssen sich Menschen dabei denken, wenn die sowas machen? Das war so hart viel Arbeit, wess ich. I'm a gnome! Ich glaub, ich, äh, keine Ahnung, Alter. Ich hab den Raubfaller. Okay, Moment. Wie benennt man sich denn nicht um? Du musst den Account erstellen. Ah. Du guckst einfach auf den Namen drücken. Drücken, Alter, was? Drücken. Drücken. Ich weiß ja nicht, wer ich bin. Ach da. Also... Prob ich, aber die ist immer wieder gut, finde ich. Malte, dein Schiff, wenn du dir die Mikrowelle in den Arsch oder sowas geschoben hast, ist fertig. Ah, okay, ich komm. Ich bemerke das gar nicht mehr. Ich hab grad erst bemerkt, dass ich das ja noch hab. Nicht. Das haben wir letztes Mal schon geguckt. Ich suche mal nach irgendwelchen tollen Videos, die wir uns reinziehen können. Es hat mit Strom zu tun. Oh, endlich. Hubschrauber im Schlafzimmer. Ein ferngestücktes... Es hat mit Fliegen zu tun. Hubschrauber beim Schlafzimmer. Hubschrauber. Hubschrauber. Hi, Dad, das ist ein Hubschrauber. Na ihr Sniff, was granscht. Na ihr Sniff, was schnarcht. Na ihr ja auch mit... Geht's ihm gut? Das ist Jungsstrache. Ist das echt? Aber wenn du damit meinst, dass dieses iPhone 10 überall nicht flägt... Okay. Nur zeig ich dir lieber für die Rechte, dass ich Schnaps neuch'f***. Wie war euer Mädel-De-De-De-De-De-De-De-Meem? Weg du die Koffer, ich guck auf die Kinder. Verlässt du mich? Du Kreck, liegt am Schnarchen. Ich guck auf die Kinder, du Kinder. Es ist merkwürdig, wenn man nicht hört oder sieht, was ihr euch anguckt, aber euch so leise lachen hört. Mir ist gerade mein E-Sprich, mein Kollege ist wirklich gefallen. Sven was Degenkolbe fragt, Wolf will heute nicht spielen. Doch, das haben wir schon davor getan. Die andere Hälfte vom Stream gucken wir uns jetzt irgendwelche Videos an. Hier scheiß Arschlöcher. Weiß ich nicht. Also, kannst gerne hier auch rein und Videos einsenden. Dann haben wir was zum Gucken. Ähm. Irgendwie ja nicht. Hä? Was wollt ihr? Wer ist hier? Ich ess hier. Sind ja nicht. ерsta ich glaube ich hänge hinterher was ich bin bei 155 ich bin bei 156 ja okay ich auch jetzt jetzt bin ich bei 23 ich bin bei 26 ich esse auch wer ist ich weiß es nicht ich esse wahrscheinlich mann es gibt einfach keine guten videos die man sich reinziehen kann die andere gruppe trank nichts die gruppe ist gestorben die aktive kann man sich so so was freuen was man bestellt man weiß was drin ist ja das ist diese ganze werbung sind eh so kompletter müll also ausgesehen davon dass du was bei wish bestellst dass nie das ankommt was du bestellst ich hab noch nie was bestellt ich will auch nie was bestellt bei wish was ist das jetzt redneck mccree das ist so sad ach das kenne ich ich auch katzen sind so dumm du hast einfach die dings laufen ja was machst du pizza time pizza time wieso auf meinem pc ist ganz einfach der flugzeugmodus eingegangen muss ganz schnell los schnack den tippt kack Marvel hits de oof kack Marvel hits de oof kack The roof Clem nicht de oof kack The roof kack 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 alter what kack kack was macht ihr kack der browser erkennt derzeit keine verfügbaren videos es ist jesus auch hier weißer und nie mehr kann was vorgeschlagen von meiner märz ist 100 caro special und caillou verarscht stimmt die sind gut okay moment ich suche es juni für die geste langerufe youtube rewind es ist das heißt rewind nicht gesehen also das rewind ist so ein ding von youtube selbst wo die irgendwie scheint ist so ein jahresrückblick machen sozusagen weil die haben da nur die ganzen sachen reingemacht und das ist einfach ja es ist schlecht das ist das neue meist gedislikete video auf youtube selbst mehr als das von justin bieber was er davor das meist gedislikte war wusstet ihr das wap wap irgendwie auf platz 9 der am meisten ja ich weiß ok 100 caro special von meiner mörsel macht irgendwer danke saß beiseite die beiden jungen frauen kommen in die notaufnahme der klinik am schlaganfall wo schwester schosch und arzt frederick seßhauser treffen Was ist los? Wir waren gerade shoppen und irgendwie waren wir gerade shoppen lol. Ganz schön straff die Hose. Ja, mir sind die engen Jeans der Patientin einge... ...aufgefallen. Warum jetzt Hose aus? Folgendes Problem. Die Hose war mir gerade einfach ein bisschen zu hässlich. Das ist gerade bei jungen Frauen häufig ein Problem, dass sie Eis ausfüllen. Warum? Aber ich meine... Ja, ich müsste... Sie ist super jung. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Kinder und Säuglinge. Kinder und Säuglinge. Nochmal bitte. Sie ist super jung. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Fick. Was? Sie ist super jung. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich fick auch schon Kinder und Säuglinge. Können Sie mich verstehen? Sie ist im Krankenhaus, in der Klinik am Krankenhaus. Sie kann wirklich nicht sprechen. Was haben Sie denn für Beschwerden? Sagen Sie mal. Sie kann wirklich nicht sprechen. Was ist denn? Sagen Sie mal. Sagen Sie mal. Sie sind mit den Armen und die Hose haben. Sie arbeiten alle auf der anderen Seite. Es ist so, als ob sie dich ärgern würde. Ach, du kannst nicht reden. Sag doch mal, wie es dir geht. Sie kann wirklich nicht sprechen. Ja, ist ein Geschwindel. Haben Sie übel. Sagen Sie mal. Playboy da auf den Tisch. Schöpfe. Sie haben einen Behandlungstraum geflickt. Sie haben Angst vor dir. Anscheinend. Sie lassen sich am besten hier hin. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Bei einem CTA bei den Kollegen, die kümmern sich drum. Was ist ein CTA? Äh, dazu möchte ich jetzt im Moment nix sagen. Ja, äh. So kommen wir nicht weiter. Jetzt mal raus mit dem Schwanz. Wir reißen euch den Cock ab. Was? Danke auf jeden Fall für euer enorm krasses Feedback zur Luca Pizza. Sie schmeckt mega scheiße. Allerdings gibt es auch einige Hater. Und einige Patates. Bitte. Eine schinknormale Stinkenpizza, die mit Neganischung ist, damit sie schlafen ist. Hey, na klar. Was ist, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist, was soll das auch sonst sein? In der Pizza befinden sich pflanzliche Neganischung, um den Schwanzlinger zu machen. Also damit der Bestick dezenterer Peepen ist. Und das? Dezenterer Peepen ist. Mit aller Päepen ist nicht back up, weil die AfD zulegt, sondern weil die Menschen so etwas schauen. Die Person, nun, setzt rechtsradikale, anale Spaß. Gleich mit mir, einem Jungen, der Negan in einer Pizza einstärzt. Was? Der stärzt Negan in einer Pizza ein? Ist das gekauft? Was soll das auch sonst sein? Was ist, was ist das? Ich darf natürlich verstehen, wenn jemand sagt, 49,49 Euro ist mir zu teuer für so eine riesige Pizza, dann da kauf ich mir lieber für 70 Cent ne Nutte. Für 70 Cent? Ich freu mich auf jeden Fall ultra, dass uns die Pizza so gefällt. Wie gesagt, ich trisch da, dass sie da nicht sein kann. Ich kann mal so wie Kaugummis in der Kasse beim Supermarkt kaufen. Ja? Ich hätt gern einmal die Leute da hinten. Ich mach da 90 Cent. Oh, jetzt kommt's. Wir fressen, wir fressen, wir macht Böner. Er geht jetzt erst mal eine Runde in den Knast, aber alles halb so wild, denn er ist ein Spaß. Wir haben alle nichts gehabt und jetzt haben wir alle elf, aber alles halb so wild, denn ey. Wer ist das eigentlich? Ich bin mir nicht sicher. 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 Was schon hier gerade? Ich bin mir nicht sicher, die Tile abzeessen. Die sagen wieder hinterher. Was? Wie weit seid ihr? Äh, 4,25 Weiß ich Äh, ok Ich bin halt einfach über 10 Sekunden hinter euch Ich bin 4,25 Ich bin 4,22 Egal Die holt den Zucker da wieder raus Das Vorbild für SusaSus Kunstwerk ist 312 Meter Wie mein Schwanz, lol SusaSus Ohohoho Cupcakes SusaSus Ohohoho Cupcakes Bei DSDS wird's geil Hat Reißer geschrieben Ja, wir haben übrigens einen Filter für geil anscheinend drin Rosli, du musst schneller schweichen Hihi, das ist nicht wo alles jemand Ist das da unten Sus? Nervniss Fresse Piss dich, Alter Ihr habt jetzt noch 2,5 Stunden Gas 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 Hä, wo seid ihr? Schwierig Menschen Wir sind bei DSDS Fuck Also ich Hä, warum? Ach, Ben auch schon Warum bin ich da nicht? Warte mal, ich mach jetzt Pause Oder auch nicht Ich darf keine Pause machen Nee, ich darf keine Pause machen Bei mir ist jetzt Pause Bei mir auch Ich reloade mal Genau Genau Ich auch Ich bin Magdalena Mache zurzeit ne Ausbildung Oder so Ben 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 guckt weiter Reloade mal Hey Ben, bist du jetzt wieder bei uns auch? Komplett fasziniert Du lebst es richtig Wow Dass ich dich erleben darf Du hast nicht viel Gefühl in deiner Stimme Dann Reloade mal Oben die Website Ach, Benutzer hat den Raum betreten Wo? Ich bin bei Sims 57 Vielleicht ja auch Schwierig Okay Oh nein Xenomorph, hi Hey Ey, wir haben grad das geguckt Echt jetzt Fortnite Ich glaub das ist Fortnite Roleplay Du, er macht schon Fortnite Roleplay What the fuck Nein Was nur nein Ich war nur nein Ich war nur nein Und ich war nur nein Ich liebe Schreck's love Schreck, Murray Ich hab alle merchandise in den Filmmen Ich trage Graf Aaaaah Ich bin ein vater Ich bin ein vater Ich bin ein vater Ich bin ein vater Schreck ist ein vater Olen ein vater Was? Wieso machen das Leute? Ich bin bereit. Ich spüre meine Hände für Shrek. Er penetriert mich in den Blumen. Es tut so viel. Sieht nicht so sehr. Ich fühle meine Blumen. Ich fühle mich aus, als meine Augen starten zu wahren. Ich spüre gegen seine Beine. Ich spüre gegen seine Wurz. Ich fülle Schreck. Hilfe! Vielleicht ist er so ein Kind, als er sich gerade anguckt. Ich spüre ihn. und erkennt man sich an die ld-schuhe die ich vor ein paar verraten sie hier wollen alle leute und willkommen bei Timo und heute testen wir wie lange halten die ld-schuhe im flüssigen Stichwort testen wir ihre Stabilität mit ultra starken K0 212 Börter stark alle zuerst bereiten wir flüssigen Stickstoff vor funktioniert super machen die Schüssel hat vorgeschlagen dass wir Marcel Davids vs. Detlef gucken und Andreas aber von Galileo haben wir irgendwie so schon alles geguckt aber nicht das oder ja doch das ist dieses Star Wars Ding ja ich weiß und ich hab schon drauf geguckt ja und gut dann gucken wir es halt nein nicht wieder Bollertest geht schief bitte das 21 Minuten geht es was ich was wo geht es schief was passiert ganz am Ende werden es nie herausfinden was warst du alter oh nein such mal ein nices Video ich komm gleich wieder ich bekomme deswegen muss sehr kurz weg ja er steht schon ja ich bin da Oh mein Gott. China? Unschraimt. Ist er der Timber? Wow. Er hat seine Träume zerstört. Alter, Alter, was? Okay. Er hat seine Träume zerstört. Triggered. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, dein nächstes. Kannst du das? Oh! 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 Fussfussfussfussfüsf hoch, hoch,... hoch... Und nach oben! Dreh Stufe nach oben! installed und nach oben zurück! Für diejenigen, die eher oben sind, mach es gerne aus der Ferne! מה magazine OnePlus über september erst mal re subsidiär das satt du rührst mit deinen Fingern das satt das U SY drewst mit deinen Fingern Was die war, hi. Was ist wichtig bei dieser Übung? Nichts. Es gibt nichts Wichtiges, denn diese Übung sollte nicht ausgeführt werden. Denn umso langsamer du die Übung machst, umso langsamer machst du die Übung und umso länger wird dein Schwanz, okay? Außerdem achte wieder darauf, dass die gesamte Kuckmuskulatur, Fess, Hochluxusmuskulatur, Fess ist und du den Bauchschnabel. Luxusmuskulatur. Den Bauchschnabel. Aua, ich glaube, wo es Kacke gibt, ist doch im flachen Arsch von einem fetten Bauer. Man nennt das ja auch so gerne bei den Frachen, die da man eigentlich so weiß sind. Diese Figur. Und genau diese Sanduhr, die bearbeiten wir mit Photoshop. Denk dran, ordentlich runterholen. Cool. Du legst dich hin? Der zwickt da oben so rein und zieht den dann. Stellst die Beine auf, du stellst ein Aua. Und wieder, ich kann nicht oft in die Kacken, Bauchschnabel an die Wirbelsäule fühlen. Die gesamte Schlumpfmuskulatur, Fess. Du hinschuldig ab vom Boden, der Kopf ist auch ab. Die Arme sind... Was? Leute, wann seid ihr? 3,22. Ich bin bei 3,22. Ja, okay. Was auch hier und jetzt, pass auf, fingerst du mit deinen Fingern die Hacken. Ich muss kacken. Okay? Ist so einfach random rein. Zack, 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 zack. Lass es gleich nochmal zu Sasus probieren. Zack, kack. Und jetzt, das ist ein bisschen, dass du einen wirklichen Kock bekommst. Links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 links. Und fett bleibst ja, okay, okay? Fang nicht an hin und her, hin, her, hin, her, hin, her. Zack, bleib fett. Wir probieren noch 2 Stück davon, okay? Damit wir ein Gefühl kriegen, los geht's. Und 1, 2, 10. Wenn du das jetzt richtig gemacht hast, wovon ich ausgehe, zu spaßt, wirst du denken, dass nicht nur die vordere Forza trainiert wird, sondern auch und vor allem die seitliche Seite. Genau damit kommen wir an diese... Die seitliche Seite. Und die vordere Forza. Wenn du dir empfiehst, wenn du schon etwas weiter bist und richtig wichsen willst, also eine Schelle schlägt ist, dann 10 mal 10 Minuten, okay? Nimmst du viel Spaß und denk dran, es gibt nichts Gutes, außer du blutest. Also, läd. Es gibt nichts Gutes, außer du blutest, alter. Warte mal, Dings, ob wir schon Stickfight gespielt haben? Ja, haben wir ganz am Anfang. Wenn der Styl dann fertig ist, kannst du es im Video angucken. Es gibt nichts Gutes, außer du blutest, alter. Wenn du wenig Cola trinkst, ist deine Leiter schwächer, du hast weniger Saft, du hast weniger Niga und kannst weniger ohne mir. Wenn Cola etwas schwierig ist, macht es vielleicht etwas mit, dann wird's Lähl. In diesem Sinne, sie ist gepsass. Wurrhin, 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 wurrl. Sie ist gepsass. Lähl. Darf dich vorstellen? Giespots. Giespots. du mich